Hier, pushen mich. Direkt bei mir ist auch einer. Das Bounty Team, was mich pusht. Die pushen mich komplett. Einer da. Habe einen. Hier. Noch einen. Jetzt brauche ich Hilfe, Digga. Ich brauche unbedingt Hilfe. Komm, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich habe zwei gelegt vom Bounty Team. Der kann wieder aufstellen. Ich habe Doggen hinter mir. Ich habe kein Leben, nix. Habe einen. Nice. So, jetzt komm ich. Ich sehe nur noch einen. Leise. Der müsste hier bei der Hütte sein. Nee, weiter links. Hat wieder Hit. Ja, habe ihn. Oh, Junge. Rechts, rechts, rechts. Oben am Zaun. Der Hacker. Der Hacker steht rechts am Zaun, Junge. Hier. bleibet Starkeit. Okay, machartig. live xD 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 Einer down. Einer's hit. Oben drin. Ach komm. Ubertretzen. Aber ihn gelegt. Oh Mist. Hat mich gelegt. Boah, nicht zum Nachladen die ganze Zeit. Bei mir liegt auch noch einer. Ja. Das heißt, stark Schmini, das wär gut. Nice. Wir haben zwei Leute, zwei Leute. Ja, lass mal pushen, das ist langweilig. Und wie gesagt, in dem Haus wo ich liege, ist auch nur einer, maximal zwei Leute. Oh, das ist ja ganz wild. Ja, aber die sind unten. Schmidt, push rein da. Der LK packt hier so komisch. Der arrest mich. Achso. Einer down. Muss nachladen. Zweiter down. Easy. Noch mal irgendwo. Die anderen beiden. Oh, es sind drei Leute. Es sind drei Leute. Einer Südosten, einer Osten, einer Nordosten. Andere Osten, ne? Andere hier, hinten. Ja, fehlen. Hakt hier hinter dem Ding ins irgendwo. Auf Hit. Ich hab auch Hit, ich hab auch Hit. Hinter. Nice. Einer down. Zwei sind da noch. Ja, ja, ja. Die haben the rest. Wir treffen den Mieter hin. Jo, it's down. Wo ist der dritte? Hier hinten, 105. Noch zwei, so noch zwei, so noch zwei. Schmeißt was? Da, einer hat Hit. Och, das gibt's doch nicht. Wie ist denn die Wessels? Oh, was? Da kam die direkt zu mir rum. Da ist noch einer. Noch die weirdsten stuff. Rechts. Rechts. In der Kuhle da. Ja. Hier. Sauber. Ja, so muss es. So muss es. Okay, mit der Upper. Zwei Headers. Bam, bam. Ich hab mal eben zu einer Sparks gewechselt. Ja. Ich komm jetzt. Ich geh jetzt rein. Muss noch mal einer da sein, oder? Ja. Hilfe! Nein, ich hab schon. Nice, hat schon. Nice. Noch einer? Oh, da draußen ist auch einer. Ich komm hier nicht rein wegen brennen. Ich hab keine Muni mehr. Etwas dann wird erwetzt. Er ist an der Ecke, oder was? Aber pass auf, das können wir ganz einfach machen. Bleib du, wo du bist. Ich schmeiß kurz die Latane hinter. Links ist mal auf. Ich stelle immer nur da hinten. Ja. Da kam Schuss, halt. Hattet. Nice. Okay, schnell, Rätts schnell. Da sind noch draußen welche. Ah, fick dich. Okay, sind jetzt mehrere. Habt ihr irgendwo Munition entdeckt? Nee. Hat Hit. einer hier auf dem dach hat jetzt ich habe auch da ist auch einer ja klar vorm haus rechts von dir stand einer ich kann sie nicht retten zwei scharfstützen kunden der unten war das ja es kann ich kann nichts machen und der ist richtig eine dauerung und der hinten ist der letzte ich guck also bei mir ja ich glaube drinnen ist ja noch mal schnell nach ich habe noch eine sekunde ich gucke ich gucke wir im haus drin was ist es zu lang gezogen ja 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 still alle in dem moment wo ich guck alter steht auf form hier was der saß und lang angezeigt. Kennst du das, wenn du das so lang angezeigt hast? Nein, 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 Joe. Du weißt, da ist so ein Gegner und du lootest die Leiche. Dann drückst du E und dann siehst du, dass der vor dir ist und dich tötet. Scheiße. Hat mir ne Splitter an den Kopf geschlossen. Schön. Das andere ist ne Puffmutter. Hinterm Zaun. Läuft.